Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, hier hinten mein Koffer schon ready. Ich fliege nämlich morgen nach Florida für 10 Tage. Freue mich mega. Und bevor ich abfliege, ist Gott sei Dank noch meine neue Bestellung angekommen. Ich habe mir wieder tonnenweise neue Sportoutfits bestellt. Und letztens habe ich für euch so ein Sportoutfit-Hall gemacht, wo ich euch meine neuen Sportoutfits gezeigt habe. Und ihr habt dieses Video geliebt. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache nochmal so eins mit neuen Sachen, die ich entdeckt habe. Ja, schon wieder Gymklamotten besorgt. Ich glaube, ihr Frauen kennen das. Online-Shopping ist so gefährlich. Man findet einfach immer wieder neue schöne Sachen. Und es tut mir leid, wenn ich euch jetzt mit diesem Video nicht helfe. Denn ich zeige euch jetzt hier auch wieder tolle, schöne Sachen. Bevor ich jetzt das Video starte, möchte ich euch gleich sagen, ich hoffe, euch stört dieses, ich weiß nicht, ob ich es hier oben oder hier oben habe, dieses Dauerwerbesendung nicht. Für diejenigen, die nicht verstehen, was das soll, das muss jetzt neu markiert werden. Wenn halt Sachen gezeigt werden, wenn Marken gezeigt werden, wenn Brands gezeigt werden. Also einfach, dass ihr Bescheid wisst, wieso das dort steht. Wir YouTuber müssen jedes Video jetzt mit Werbung oder respektive auf YouTube teilweise sogar mit Dauerwerbesendung deklarieren. Also nur zum Verständnis für euch. So, ich würde sagen, es geht direkt los. Ich habe mir alles Mögliche bestellt. Neue Leggings, neue Hoodies, neue Sportbras, alles Mögliche. Los geht's. Hier seht ihr meine neueste Bestellung. Das hier würde ich sagen, sind schon fast meine Favoriten. Ich beginne gerade mit dem Besten. Ich zeige euch hier erstmal die grauen Leggings. Ich finde das mega schön, dass das am Wein hier so eine transparente Stelle hat. Und was ich an der Leggings am tollsten finde, ist, wie sie hier am Po geschnitten ist. Ich hoffe, man sieht das. Die hat hier so wie ein Herz. Und deswegen heißt die auch Heartbeat Leggings. Also die formt den Po mega schön. Und ihr seht auch, hier oben ist ein schön breites Band, das es in der Hüfte nicht einschneidet. Und da kann man, ja, wenn man was zu verstecken hat, das perfekt hier noch verstecken. Also die ist schön hoch geschnitten. Und ich liebe die. Die macht eine mega schöne Form. Und passend dazu der Heartbeat Sportbra, auch in Größe S. Ist auch sehr schön mit diesem transparenten Netzchen hier am Rücken hinten. Dasselbe auch noch in schwarz. Ich zeige es euch hier auch. Ich glaube, hier sieht man es sogar noch ein bisschen besser mit dem Schnitt am Po. Genau. Hier kann man nochmal deutlich diese Herzform erkennen. Und natürlich auch hier der passende Sportbra. Dann habe ich mir hier zwei Tops bestellt. Einmal in weiß-grau und einmal in schwarz. Und das hier ist jetzt die Rückenansicht. Das Top heißt Crossback Vests. Und das habe ich auch in Größe S bestellt. Und ich finde das halt mega schön, das Detail hier am Rücken. So sieht das Ganze dann aufgefaltet aus. Hier einmal von hinten. Da seht ihr, das ist hier am oberen Rücken. Und so sieht es von vorne aus. Was ich halt auch schön finde, dass es keinen mega tiefen Ausschnitt hat. Schön sportlich geschnitten. Das hier ist vermutlich mein Lieblings-Top. Das ist hier auch zusammengefaltet in der Rückenansicht in hellblau-weiß. Und wenn ich das ausgefaltet habe, sieht man schon, das ist eher ein lockeres Top. Und hier noch in der Rückenansicht mit diesen gekreuzten Trägern. Weiter mache ich gleich hier mit dieser mega coolen Shorts. Das sieht man auch wieder wie bei der Leggings vorhin. Das ist die Heartbeat Shorts. Auch mit diesem Herz. Das ist übrigens von hinten. Von vorne sieht die dann so aus. Ganz schön geformt. Und eben auch dieses breite Band, dass man das Hüftgold ein bisschen verstecken kann. Und einfach genug hochgeschnitten. Dazu gibt es natürlich jenseits Farben an Sportbras. Ich habe mir jetzt hier mal ein bisschen was Farbiges bestellt. Dieser gelbe, hier unten ganz leicht transparent. Dann noch so ein paar luftige Shorts. Einmal klassisch in schwarz. Ich nenne das so irgendwie so Basketball Shorts. Keine Ahnung, wie man dem eigentlich sagt. Einfach ja, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen locker geschnitten, bequem. Und ganz ähnliches Modell hier noch. In hellblau mit Weiß. Hieran mögen sich vielleicht einige erinnern. Das hier ist die Seamless Legging, die ich auf der FIBO schon getragen habe. Ihr wisst, ich trage sehr oft Seamless Leggings. Jetzt kommt hier noch Luna. Sali! Auf der FIBO hatte ich die noch in Größe M getragen. Jetzt mittlerweile bin ich auch hier auf die S gewechselt. Und mir gefallen hat Seamless Legging allgemein sehr gut, weil die keine Nähte haben. Und einfach den Po mega schön formen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier die Navy. Die ist so grau-blau. Passend dazu dieses Long Sleeve. Jetzt auch, wenn es ein bisschen kälter wird, trainiere ich gerne, wo ich halt sowieso draußen trainiere im Freien. Das wisst ihr ja schon. Trainiere halt dann gerne mit langen Armen. Und das passt super zusammen. Und last but not least habe ich noch diesen Pulli hier entdeckt. In Olive-Grün. Mit Kapuze. Das ist der Tag-Hoodie. Die Farbe. Ich habe es jetzt Olive-Grün genannt. Auf der Webseite nennt es sich Kaki. Und ich natürlich auch. Grüß es Moll. Ich habe diese ganze Bestellung in meinem Webshop verlinkt. Den Link zu meinem Webshop findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Also wenn euch etwas davon gefallen hat, könnt ihr euch das in aller Ruhe nochmal im Link unter diesem Video anschauen. Bis zum nächsten Mal.